Der Mittelstand ist der Erfolgsfaktor der deutschen Wirtschaft. Über 99 Prozent aller Unternehmen in Deutschland sind Mittelständler. Sie tragen rund 61 Prozent zur Netto-Wertschöpfung bei, stellen 55 Prozent der Arbeitsplätze bereit, beschäftigen 80 Prozent der Auszubildenden. Und sie werden dringend gebraucht, wenn es darum geht, dass Deutschland sein Ziel erreichen kann. Klimaneutral bis 2045. Zur Wahrheit gehört auch, Fast 90 Prozent dieser Unternehmen sehen in den gestiegenen Energiepreisen eine starke oder sogar existenzbedrohende Herausforderung. Hier wollen Commerzbank und RWE helfen. Deutschlands führende Bank für den Mittelstand und einer der weltweit führenden Anbieter im Bereich erneuerbare Energien haben sich deshalb zusammengetan. Ihre Absicht? Mittelständische Industrieunternehmen bei der Dekarbonisierung unterstützen. Klimaschutz und grüne Versorgungssicherheit brauchen erneuerbare Energien in nie dagewesenem Ausmaß. Gleichzeitig benötigen gerade auch größere mittelständische Unternehmen die Möglichkeit, Ökostrom zu beziehen. Verlässlich und bezahlbar. Mit ihrem grünen Mittelstandsfonds wollen Commerzbank und RWE Ihnen genau das ermöglichen. Zugang zu einer Ökostromproduktion aus Offshore-Windparks zu konkurrenzfähigen Preisen. Über direkte Stromlieferverträge aus erneuerbaren Erzeugungsanlagen, sogenannte Power Purchase Agreements, kurz PPAs, können große Verbraucher wie Industriekonzerne Ökostrom schon seit Jahren langfristig direkt beim Erzeuger abnehmen. Das funktioniert so. Ein Unternehmen schließt ein PPA über eine definierte Strommenge mit einem Anbieter oder Erzeuger von Grünstrom ab, zum Beispiel RWE. RWE liefert den Strom. Der Abnehmer zahlt den im PPA vereinbarten Preis und erhält zusätzlich zur Stromlieferung die entsprechende Anzahl von Herkunftsnachweisen. Damit kann der Abnehmer belegen, dass der Strom tatsächlich aus regenerativen Quellen stammt. Somit bieten PPAs Vorteile für beide Seiten. Der Abnehmer erhält eine langfristige Preissicherheit und kann seinen CO2-Fußabdruck nachhaltig verkleinern. Der Anbieter erzielt planbare Einnahmen und kann damit etwa sein Portfolio an erneuerbaren Energien ausbauen. Grüne PPAs unterstützen also aktiv die Energiewende. Bislang waren insbesondere industrielle Großabnehmer Nutznießer von PPAs. Commerzbank und RWE wollen auch größeren mittelständischen Industrieunternehmen die Möglichkeit bieten, solche PPAs abzuschließen. Maßgeschneidert auf ihren Bedarf und ihre Bedürfnisse. Der Strom soll aus einem neuen Offshore-Windpark mit einer installierten Leistung von einem Gigawatt kommen. Das hierfür notwendige Areal will sich RWE im Rahmen der Ausschreibungen für nicht voruntersuchte Flächen sichern. Die sind in der Novelle des Windenergie-auf-See-Gesetzes beschrieben und werden voraussichtlich 2023 stattfinden. Gibt es den Zuschlag für das Projekt, wird RWE den Windpark entwickeln, bauen und betreiben. Wichtig, 100% des dort erzeugten Stroms soll mittelständischen Firmen zur Verfügung gestellt werden. Mit unserer Kooperation unterstützen wir Unternehmen und die Energiewende gleichermaßen. Denn grüner Strom zu wettbewerbsfähigen Preisen ist das Faustwand einer zukunftsfähigen Industrienation mit einem starken Mittelstand. Die Commerzbank ermöglicht im Anschluss ihren Kunden den Zugang zum Ökostrom. Unternehmen können über sie PPAs abschließen. Und zwar schon ab einer Leistung von 5 Megawatt. Also Strommengen, die der Nachfrage im größeren Mittelstand entsprechen. Das ist noch nicht alles. Unternehmen sollen künftig direkt in den Windpark investieren können. Bis zu 49% der Anteile stehen den mittelständischen Kunden dafür zur Verfügung. Die Commerzbank stellt dazu individuelle Finanzierungs- und Kreditlösungen bereit und in Zusammenarbeit mit Commerz Real die Strukturierung und Administration des grünen Mittelstandsfonds. Die anderen 51% der Anteile soll RWE halten. Größeren mittelständischen Industrieunternehmen werden mit dieser Fondslösung zwei Beteiligungsmöglichkeiten angeboten. Einerseits können sie sich mit Eigenkapital direkt an dem geplanten Offshore-Windpark beteiligen. Zum anderen erhalten sie die Option, sich über PPAs langfristig grünen Strom zu sichern und so ihre Dekarbonisierungsziele zu erreichen. Beide Varianten können miteinander kombiniert werden. Unsere richtungsweisende Kooperation mit RWE eröffnet dem deutschen Mittelstand Zugang zu grünen Strom, der bisher Großkonzern vorbehalten war. So leisten wir einen Beitrag zur Finanzierung der Energiewende in Deutschland. Ökostrom aus dem Meer verlässlich zu bezahlbaren Preisen beziehen und sich mit Eigenkapital an einem großen erneuerbaren Projekt beteiligen. Das ist die Idee des grünen Mittelstandsfonds von Commerzbank und RWE. Das ist der Weg, damit der Motor der deutschen Wirtschaft auch zum Motor der Energiewende werden kann. Das ist die Idee des Literativen Golden Universitäten. Porfolio imiderge dafür versellen Sie das Dibalese Musik Ein wichtiger Punkt den vergleichen am Anfang ihn zu Unabhängigen ver الفщemark auch zum Menschen seh an